eine map ist noch übrig die ich noch nicht gespielt habe und zwar kommen bei dieser map mit mario und joshi und joki kong oder peach ja wir sind alle startbereit und ich mache alle mal auf extrem einfach just for fun es wird zu schwer werden aber egal da wollen wir das holland vorsicht gruselige geistern nachts ist ja alles ganz anders als tagsüber und da das jetzt besonders ist manchmal 30 runden das ist ohne stellen die spielregeln ein handicap aus ja alle arten und los geht's ich glaube das wird jetzt ziemlich belastend werden aber mal gucken da wären wir dieses holland ich sehe zwei buches jetzt schon einst erkorb ein finsterer mager diesen schaurigen wald zu seiner heimat dann kam ein superstar und nahm den wald alles gespenstische doch mit der erneuten ankunft gruseliger geist erkannte das spukhafte zurück wenn nur ein neuer superstar den wald von seinem schicksal befreien könnte ohne könnte man wohl einen superstar finden ich bin der superstar nun die antwort ist wohl offensichtlich einer von euch kann den wald retten ich muss mich hier direkt um etwas kümmern wir sehen uns später gut die superbank ob jetzt übernimmt tot alles klar dann leite ich euch habe jetzt so an wird zuerst auf diesem brett ihr immer dann erkläre ich mal alles ist es werte auf diesem spielbrett wechseln tag und nacht sich alle zwei runden ab uns geben die alles geben der allenfalls tags über den weg freien nachts nie da schlafen sie es gibt auch steine mit eigenartigen zeichen ob die ein geheimnis bergen kriege gänsehaut wenn ich nur über diesen ort rede fangen wir lieber an zuerst werfen wir um die zugraden folge ich habe eigentlich schon keinen bock mehr zu springen weil wenn ich das schon sehe es war so klar es war so klar natürlich wo ist denn jetzt der stern natürlich und ich bin der letzte der dran ist super jetzt hängt schon wieder gut an gutes spiel gutes spiel und jetzt geht's los viel spaß das werde ich nicht haben es hängt schon mal schlecht an so joshii 10 beim wetten aber der kriegt jetzt ganz viele münzen 10 münzen pass auf 7 ist trotzdem viel zu viel ja bitch jetzt mach mal das gut das ist ziemlich gut aber wenigstens kann man immer sagen das beste kommt zum schluss war luigi natürlich und mein bruder hat sich gegen mich ja schon genauso wie man reit hier pizza bronto pizza 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 einfach nur a spam das kann ich gut was die pizza auf mario das kannst du so gut bist doch italiener nichts in nichts weglassen peach wir liegen hinterher glaube ich streng dich an mädel es ist schlecht dass ich hier lang jetzt muss ob-isch peach 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 okay Ja. Hurra. Hm? Ja. Was habe ich mir da noch vorgenommen? Hm. Toll. Toll, Yoshi. Super. Das gefällt mir. Wie kann ich denn nur auf diese dumme Idee kommen, alle auf Extrem zu stellen? Ja. Ja, super Peach. Vor allen Dingen bin ich noch komplett raus aus dem Spiel. Oh. Willst du mich eigentlich verarschen? Alle haben jetzt nur eine Pfeife. Außer ich. Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist der ekelhaftesten Items im Spiel. Na klar. Natürlich. Ein bisschen Glück hilft mir immer. Glück ist es. Okay. 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 Da ich die letzte bin, lohnt sich die Hunde Pfeife nicht. Kann so viel passieren zwischendurch. Dann kriege ich eh nicht mehr, aber ich nehme das Glücks-Zelt mit, obwohl es kacke ist. Wisse 15 Münzen, das ist doch einfach viel zu OP. Nee, ich krieg nur 10, super. So. Habe ich diesmal mehr Glück? Das sind doch die CPUs auch wieder, was war denn das? Das ist am längsten trotzdem. Das kann auch schon Träger an. Oh. Oh. Natürlich habe ich den schlechtesten Standpunkt. Oh. Oh. Kommt nicht zu mir. Hallo. Lass mich in Ruhe. Oh. Das war knapp. Ja. 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 Was, als ob Peach mich bei einer eingeholt hätte. Ja. Also die Runde lief sehr gut für mich. Aber Peach war ganz schön nah dran. So. Yoshi 1 oder 2? Oh, ist Nacht. Super, jetzt muss man rechts lang. Natürlich. So, Yoshi. Du bist mein Erzfeind jetzt. Hm, Spaß. Hauptsache, ich gewinne. Oder Luigi. Natürlich. Hm, hm. Ich hoffe, du bist ehrenvoll. Und schenkst Luigi nicht den Stern. Da steht gar nichts mehr. Hat der ein Glück, dass er nicht auf Bowser landet? Oh, weh. Was ist jetzt wieder? Oh, weh. Sieben Münzen. Ich hasse es. Hurra. Warte. Achso, mal mit L. Und, ich sag mal. Hurra ist. Alle erst. Gut gemacht, Peach. Gratulation, Peach. Verzeihung. Uh, gratulation. Das ist alles sicker. Hurra. Am Anfang. Da bin ich hier der Nähe. Aber trägst ja schier auch. Hm, nein. Peach kriegt wieder Geld in den Arsch. Gesteckt. Super. Natürlich. Ultro, komm. Natürlich, komm. Naja, da hat sie Pech gehabt mit dem Pilz. Den nächsten Pilz auch. War das da hinten Schlüssel? Trotzdem, Alter. Einfach so viele Items in den Arsch gesteckt. Aber nur Glück hatte ich ja nur Glück, da ist keine Gold drüber. Okay, Luigi geht auch ordentlich voran. Ja, ja. Ich war jetzt erstmal lieber. War nur hier lang. Okay, was kriege ich jetzt? Ein Glücksterwaffe. Ist in Ordnung. Ich hätte aber auch gerne die Itemtasche gehabt. Oh, das kann ich nicht so gut. Oh, das ist gerade richtig belastend. Belastend. Warum fallen die die ganze Zeit runter? Die sind extrem. Nice. Hä, die sind extrem? Super, Luigi. Platz 4. Okay. Yoshi kriegt den Steiner auf keinen Fall. Luigi hat auch nicht die richtigen Items. Außer die Hunde-Pfeife. Jetzt hat Yoshi genug Geld. Oder auch nicht. So. Peach. Hat nicht genug Geld. Macht's jeder Tag. Das ist okay. Luigi, was machst du jetzt? Eine 4. Hättest du mir das auch jetzt rein machen können. Oh, der gönnt sich jetzt. Ein Pilz. Okay. Natürlich. Erstmal mit Geld bombardieren. Mario-Time. So. Spielbrett. So, muss gar nichts sehen. Unten steht sie auch. Wenn ich jetzt 10 habe, kriege ich Glücksel. Also, let's go. Obwohl man den eigentlich auch aussparen könnte. Ich muss aber zum Stern. Und deshalb. Ich zieh ihn ein. Yo, Toadie. Was hast du denn so? Interessant. Nimm mal die Hundepfeife mit. Die ist sehr böse. So. Glücksel. Was krieg ich denn? Geld, Geld oder Geld? Glückselber für zurück ist auch gut. Okay. Wieder Konzentration. Ah. Naja. Ein Glücksschatt. Packing Glücksspiel. Okay. Oh, scheiße. Der zweite Golden hat auch zu mir gekonnt. Mist. Sollte aber zweiter sein. Luigi sollte das, glaube ich, gewöhnen. Ah, fuck. Mist. Mist. Vielleicht schnapp mit Luigi. Naja. Oder? Ja. Am Anfang, wer die Goldene bekommt, der hat einfach Glück. Das Schlimme ist, Luigi ist schon mit dran. Oh, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Hä? Was ist da los? Na ja, ich lösche, ich weiß nicht, was sofort ist, aber egal. Ja. Oh, schön bezahlen. So, was macht Peach? Peach geht weiter voran. Zeit nicht, okay. Peach, ich hasse dich. Er kann, können nicht und Luigi ja nur verlieren. Oh nein. Peach. Ist das dein fucking Ernst? Kann er nur verlieren. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Super. Okay, ich muss auf Luigi gehen. Ey, Bitch. Ja, danke Yoshi. Super. Mist. Oh, Luigi ist weg. Peach. Ey, das war ein Treffer. Was? Das hat mich niemals getroffen. Was ist das, Peach? Oh. Nein. Pff, was? Digga, was, Yoshi? Du trägst Cheater, Alter. So ein fucking Cheater. Ich hab nur 8 Mützen gehabt, jetzt krieg ich wieder 41, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Hm. Yay. Ja. Hm? Hm? Natürlich. Hm? Ja. Okay. Ja. Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, dass das passiert? Ich bin nicht in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Natürlich. Hm? Ja. Eigentlich meinst du dann, Luigi? Komm, vielleicht kommt er ja irgendwie zu mir. Ich glaub's doch nicht, aber egal. Bitte kommt zu mir. Bitte. Ja. Ja. Doch. Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Könnte ausrasten. Alles klar. Dankeschön, Spiel. Super. Ja. Schieß doch nicht alle auf einmal. Es ist sowas von unfair. Alle drei Rennen willst du mich verarschen. Das schaff ich niemals. Super. Super. Und dann... Doppeltes Münzgeld. Ja. Ja. Super. Ich freu mich. Und ich bin letzter. Super. Ho, ho, ho.